Ja, Mikrofon ist das Adonis AM308, genau. Ich hoffe, die Modulation klingt einigermaßen okay. Ja, ist auf jeden Fall viel, 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 viel besser, ne. Gut, jetzt hast du das Ding auch noch mal, als dann oben machen werden, und dann, da liegt ja richtig alles 100%, also, da ist ein Unterschied wie Tau nach. Jo, Kamera läuft hier auch gerade, ich nehme dich hier auch gerade, ich schneide dich hier gerade ein bisschen mit. Ich habe dich ja auch gestern schon kurz mitgeschnitten, also du kommst jetzt hier auch volle Lotte rein. Letzter Durchgang war 10 dB, also das war fast wie in Schweden, Roger. Ja, also ich weiß ja manchmal nicht, ich habe echt das Gefühl langsam, dass meine Antenne hier, ja, ich weiß auch nicht, ne, auf jeden Fall besser sendet, als du hören kannst. Also irgendwie, ja, scheint die mehr, mehr sendet, also TX-mäßig besser zu sein wie RX, Roger. Ja, Roger, also ich kann dir noch eine gute Nachricht geben. Ich hatte heute Morgen in meinen YouTube-Eingang geguckt, da hatte ich gestern der 4 Sugar Delta 32, der wollte dich erreichen, der mag, ne, den kennst du ja auch, mit der etwas komischen Stimme, HI. Und der kam aber nicht rüber, aber gehört hat er dich in der Buenos Aires, Roger. Ja, ja, Roger, krass, ja, aus Südamerika habe ich gestern, da hat mich der 3 Delta Alpha 012 gearbeitet, ne, das hat hingehauen, aber war wirklich, wirklich hart, ne, also ich konnte ihn so gerade, gerade verstehen, Roger. Ja, Roger, achso, ich habe dich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, heute Morgen habe ich dich das erste Mal um 9.40 Uhr gehört, auf, oh, warte mal, wo war das, ich glaube, auf 5.900 Uhr und auf 5.400 Uhr habe ich dich ganz, ganz leise gehört, Kurs L? Ja, ja, Kurs L, ja, ich bin ja schon, äh, äh, immer mal wieder ab und zu drauf, ne, also, die Pomp geht auch immer wieder hoch und runter, äh, das ist, das ist unterschiedlich, ne, aber, naja, es ist eigentlich, es ist eigentlich wunderbar.